Morgen. Hallo. Hey, hey, hast du schon gehört? Beckenbauer will für zwei Jahre die holländische Nationalmannschaft übernehmen. Ach, sagt was. Weil er mal eine Zeit lang nix mit Fußball zu tun haben will. Ha, ha, ha. Sehr lustig. Und, 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 und kennst du schon den Unterschied zwischen einem deutschen Bier und einem holländischen Elfmeter? Na? Nee, kenn ich nicht. Das deutsche Bier geht immer rein. Ha, 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 ha. Und, 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 weißt du, was ein Holländer bekommt, der kein Fußball spielen kann? Die Falter? Nee, ein orangenes Trikot. Ha, 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 ha.